Willkommen Freunde zu einem Lange Spiel, heute von der App A.A. Okay, gleich kommt direkt Werbung, warum auch nicht? Im Hauptmediet direkt Werbung ist super. Echt geil, ich habe nicht mal einen einzigen Klick gemacht und es kommt Werbung. Gefällt mir, so muss das sein. A.A. wurde mir mehr als empfohlen, hört sich an wie so ein Kackehaufen, aber ich meine, wurde mir gesagt, das soll angeblich gut sein. So, tap anywhere to move a dot. Okay. Ah ja, wir sollen also jedes Mal klicken und natürlich die Kollisionen zu anderen, dann ist es jetzt natürlich da dann wieder lang, zu anderen schwarzen Lines da verhindern, das ist ein bisschen schneller wieder. Okay, jetzt habe ich verloren natürlich. Erneut, tap here to skip level 4, fail, retweet, ne ich möchte es natürlich nochmal machen, hallo. Ah, da ist die 23 kollidiert, oder wie? Ist ja Wahnsinn. Und die 7 und die nichts. Und die 1 und die, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leider kein Sound, schade. Oder, achso, der Sound ist außen. Jetzt haben wir eine Registrierkasse. So ein bisschen. So, Level 5. Okay, Medaille, Level 6. Level 7. Man muss also jetzt 12 Dinge, man muss sich jetzt unterbringen, ihr seht. Die haben Nummern immer drinne. Und die muss man unterbringen. Die Geräusche kommen wieder aus meinem Tablet raus, finde ich auch sehr interessant. Statt über meinen Airstar über mein Headset zu kommen, nein. Die Dinger kommen einfach mal über das Tablet an sich. Also das heißt, das ist sehr merkwürdig. Der Airstar aber ein bisschen rum. Aber das heißt, ein bisschen, der wagt richtig krass rum. Wenn ich hätte noch gefällt, muss natürlich versuchen, die an den Hand zu setzen. Damit natürlich die anderen auch noch ein bisschen Platz haben. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir überhaupt gar nicht. Das macht mich ein bisschen trepistiv irgendwie. Keine Ahnung, ob hier hat so diese App irgendwas, irgendwas ganz negatives an sich. Klar. Ich soll noch ein paar mehr Dinge hier reinpacken, ne? Zwölf Stück, okay. Chris. Ich verstehe die ganze Zeit nicht, warum ich da drücke, weißt du? Hat überhaupt keinen Sinn. Weil ich irgendwo hingucke... Ist das überhaupt möglich? Ich meine, what the fuck? Das geht doch gar nicht. Warum, die kollidieren schon miteinander, ja? Der war schlecht. Ich hätte nicht so gültig sein sollen. Ich bin auch nicht echt aggressiv, muss ich sagen. Warum jetzt beschüsste Drecksgeräusche, dass man ein Tablet kommt? Und nicht immer meine Kopfhörer. Zwei Stück für ihn nur, drei hätten nur noch gefällt. Nein, geh weg, Alter. Ich werde niemals diese App bewerten. Dafür, dass mir so auch vorgeschlagen wurde, die App, finde ich echt gar nicht so toll. Weiß nicht, warum mir die App so auch vorgeschlagen wurde. Kann ich leider nicht richtig nachvollziehen. Huh, geschafft. Das Spiel ist... Ja. Warum dieses Grün dann auf einmal was in den Augen stich? Alter! Huh! Ich würde sagen, dieses Level mache ich noch. Und... Ich würde es auch nicht sehen. Nee. Ich würde es auch nicht sehen. Warte, die können sie sich selber überschneiden. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Funktioniert nicht. Jedes Mal verliere ich, weil... Ich denke mir zu schnell sitzt, oder wie? Leck mich am Arsch, ey. Dieses Unlevel würde ich noch machen. Das war's dann. Die ganze Zeit nicht selber überschneiden. Das geht nicht. Das ist gar nicht möglich. Das ist... Unpassbar. Ich habe jetzt noch mal in dem Spiel. Es ist immer wieder das Gleiche. Ich kenne nicht mal alle. Instant bindet. Oh, cool. Okay, das ist ja wieder eine dumme Werbung für uns. Dann ist Streaming-Dienst gewesen, glaube ich. JJ, ich lasse es. Fertig mit mir mal angespielt in dem Spiel. Alter, das macht mich richtig irre, das Spiel. Puh, also wir können jetzt auch noch die Lerbe wählen. Zwischen der 1 und der 12, die wir bisher alle gespielt hatten. Alter, das ist... Ich komme schon wieder, weil ich nichts gedrückt habe. Nee, ich kann das Spiel, wenn ich weiter spiele. Also trotzdem, danke an die Leute, die es mir vorgeschlagen haben. Aber das macht mich irgendwie gerade ein bisschen aggressiv, dieses Spiel, muss ich sagen. Und leicht depressiv, halt. Da guckt es euch mal an. Da kann man nur depressiv werden, bei schwarz und weiß und 50.000 Kugeln da... Okay, das war's aber gewesen mit dem Angespielt. Zu AA, wer nennt bitteschön die App AA, da wird man noch depressiver. Oh Gott, oh Gott. Und es hakt ein bisschen auf dem Erster, finde ich nicht so toll. Tja, auf jeden Fall war es das gewesen mit dem Angespielt zur AA. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn ihr spielen wollt, Link in der Videobeschreibung zur App. Und gerne mal eure Meinung zu dem Spiel. Also mich, irgendwie, keine Ahnung, zieht das richtig krass runter. Ich weiß nicht, wie... Hups. Mich zieht das richtig krass runter. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank's zu schauen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.